Hamburg, 8.30 Uhr. Wieder mal Regen. Perfekter Halt fürs Haar. Dreiwettertaft. Zwischen Stopp München. Es ist ziemlich windig. Perfekter Sitz. Dreiwettertaft. Weiterflug nach Rom. Die Sonne brennt. Perfekter Schutz. Dreiwettertaft. Ihre Frisur ist geschützt. Jederzeit. Bei jedem Wetter. Dreiwettertaft. Als Spray oder als Brustspray. Beide FCK. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat Luftverschmutzung als krebserregend eingestuft. Nach der Ankündigung vor einer Woche wurde der offizielle Bericht dazu heute vorgestellt. Dreiwettertaft. 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 Das war's für heute.